Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Wahlrunde Wir zeigen diesmal wieder mit Kai Mit wem auch sonst, mit dem da Mit dem Schnürsel Ja richtig Mit dem, oh es ist die Deadman hier Nein Ja äh Wir spielen jetzt erstmal hier ne Runde auf Fahr Ja überleben hier mal wieder Ja 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 Oh guck mal Habt was gefunden Mein Zuhause Ne Guck mal wir haben eine echte Ähnlichkeit Äh nicht mein Zuhause Scheiße Äh Ey wo, wo kann man denn hier punchen, das geht nicht Alter warum backt das denn so schon wieder Äh 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 Man da will ich auch grad hin Ja bleibt flauschig Äh Äh Fick dich Hauptsache wir klauen uns erstmal die Punkte Äh Du hast angefangen Äh Nicht ich Okay War's gut alter Ciao Jo Haut rein Immer so ne Runden immer so aufnehmen 80 Sekunden Alter Wie unnötig Was? Ja immer in Runden Ja immer in Runden Ja immer in Runden Und dann dauert sag ich mal 2 Minuten ey Und dann Ich war voll ätzend ey Ja und dann Guckst du dir immer wieder das Intro angucken Für die nächste Folge Das Video ist das Intro Ja Oh ich hab einen Volltreffer Das ist doch schon mal gut Ja Ja Ich nicht Ja So ich werd mal gleich mal Jagger holen Speed Cola und Double Tap Wenn ich jetzt zu sehr aufbekomme Hahahaha Und anfeuern Ooooooooh Egal jetzt kommt gleich der Free Sixy Warte Alter ich brauch zwei Ne 5500 Punkte ey Warum? der jugger unten ne 7000 von da brauche ich ok der für 60 war ne dumme idee ja irgendwie sterb ich immer als erstes ja aber nach dem ersten mal sterben geht es dann wieder ja für hittern so für 14 runden und er kann ich mich wieder belegen ist immer von meinen punkten weg junge das sind nicht nur deine schuss auf der ganzen map wo bist du denn überhaupt ich bin hier neben dem haus und schneid mich durch mein leben naja ja ja guck mal ich sehe deine bierne wenn ich daran so mit der sniper ne der kann man so richtig dick schädel sehen warte warte guck mich mal haha du siehst richtig männlich aus ich weiß, guck mal meinen rücken an warte deinen rücken oh hast du einen geilen rücken, oh was ist denn hier los ja, was ist denn los mit dir? mann, ey, was ist denn... oh schreiner! schreiner! ich hab voll Zeit verzweifelt, schreiner! alter, ja, es bugt grad auch ultra, ne? ich stehe hier oben auf dem balkon und snipe die ganze zeit alter, hab ich mich erschrocken! warte! oh! oh! gib ihm! aber was hast du? oh ho 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 also wenn du die Python hast und die Reagan, ne, der glaubt der kann es einpacken na egal wenigstens habe ich immer eine geile waffe und er 2000 euro ja weißt du? ja ah, guck mal! high five! da am Kühlschrank! da am Kühlschrank! da am Kühlschrank! ja, guck mal her! komm mal da! komm mal da! high five! komm mal! komm mal, ich mach zurück! warte! he he! am Kühlschrank! ach ja, auch am Kühlschrank! ah, kühls besser! haha! das war so richtig schlecht! der war mega, der war ja mega! auch geil, ne, ich hab da einen in den Kopf und den Einarm weggeschossen und den immer noch! oh! ja, ist... ist halt willensstark zu überleben, ne? das Flasche ist hartnäckig! lol, was war das denn bitte? oh! nein! Alter, wieso? geh mal hin und nimm jetzt auf! und die Bombe da! ja! beruhig dich! es sind doppelte Punkte! ach du... ja, man! yeah, jetzt... jetzt zue ich mir ja wieder mal ne Waffe und du bist wieder ultrareich! ja, aber ich... 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 die... die Dings brauchen ja die... 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 ich sag, ich brauch 7500 Punkte! bleib mir hier mal! ey, warum sparst du überhaupt? immer noch da dann? auf... da drauf, auf Speedcode, auf Double Tap! ja, ich... ich warte noch mit dem ganzen Scheiß! ich brauch erst mal zwei geile Waffen, dann... was liegst du denn da am Fenster? he... ich beobachte... ich bin ja Regenschauer! welche Knar hast du denn? ach, die ist geil, die Types! äh... ist das die Types? naja, das ist die, aber die ist scheiße! die... die... ich hab die ne Scheiße ey, die... m8a1, alter, da darf grads auch rein, ne? he he he... ist das nicht die 3 Schuss oder so? ja... ja... ne... ne, hab ich seit lange keinem Video mehr gespielt! äh, ich hab die MPs fast auf dir, man! äh... hast du schon irgendwas? nö! he he... stimmt, du Tox mit Zombies, ne? ja, oder AW... was für den... Mensch, es war so... es war so... ja... halt, das muss ich aber auch noch holen, ne? wie teuer ist denn das? wenn die das bei M.U.G. holzt, Leute, ich glaube... 25? ja, gut, ja... hast... dann hast du auch noch die Uncut-Version! weil das ist ja Uncut-Version! weil das ist ja Uncut-Version! Alter, wir blöken hier, äh... meine Fassel! ja, echt! du hast ihn zum Schweigen gebracht, Alter! guck mal, wie viele Punkte ich habe! guck mal, wie wenig ich jetzt hab! ja! na, im Ernst, egal! kannst du mir aufwenden, ein Ding zu kaufen? irgendwie Sachen? was willst... was willst du denn überhaupt? was... was will ich denn? ich will eine geile Waffe! ja, du willst die Python haben, ne? pass auf, ich trotzdem... nein, irgendeine M.G. oha! hast du nicht eine M.G. in deiner Hose? ja, aber das Heftigste! aha! das M.G. 42! 3.000 Schuss, Alter! ja! Mann, los jetzt! Mann, los jetzt! Mann, los jetzt! Mann, geht doch auch drauf! ich steh hier mit meiner kleinen Pistole! ey, wir müssten mal... wenn wir alle G.T.A. haben, muss man 24 Stunden mal G.T.A. spielen! Livestream? ja! also, das heißt, muss man seinen Rechner mit aus Klo nehmen, den da weiterspielen, also, wenn er sich duschen will? dann brauchen wir alle Laptops! ja, ich... ich krieg jetzt einen neuen! aber ich glaub, der schafft das nicht! maximale Munition! danke! ich hab wieder nicht Bescheid gesagt, ne? doch! ach so... so Speedbooper hab ich jetzt... Double Tap! jetzt muss ich noch zu Double Tap! was denn so was ist da? ja, die Kap! die Scheiße! die Kap! so, soll ich noch mal kommen? warte ich hab' noch ein bisschen! was auf! ich hab' erst diesen Eintrank da! ich weiß nicht besser, aber... ist es Cola oder Jaga? Jaga! ja, das ist gut, dass es wenigstens etwas ist! so, pass auf! jetzt komm' ich! Warte, hör mal, dann verpiss dich. So, jetzt kommt's wieder mal. Na, kann man auch nehmen. Oh, Alter. Alter, die Waffe mit Double Tap, ey. Pass auf. Warte, komm mal mit. Was ist denn weg? Was ist denn das? Ich rasiere die einfach nur. Er rasiert. Gillette. Alter, kannst du jetzt mal aufhören, ey? Wer? Meine Fresse, ey, Mann. Meine Fresse, Mann. Oh, dieser Spass ist immer der letzte, ne? Ne, der ist immer so rum, 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 rum. Ah, 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 ah. Pass auf, komm jetzt. Wo bist du? Oh. Ah, ha, ha. Guck mal, was ich hier hab. Ja, guck mal, was ich hier habe. Fick dich. Dann guck mal, was ich hier noch hab. Guck mal, die Bote brauche ich schon. Pass auf. Äh, ach, gleich. Pass, du mal hier auf. Drei dich hier auf, mein Gewicht. Äh, der bleibt aufig. Wer hat mal auffluffig. Die killt ultra gut, ne? Doppelte Punkte. Oh, doppelte Punkte. Doppel Points. Oh, shit, ja. Sorry. Alter. Boah. Guck mal, mein Handy. Nein, da guck ich jetzt nicht drauf. Wer ist es denn? Komm, sag mal. Nico. Oh. Was macht ihr gerade? Spielt ihr gerade? Ja? Alter. Spielt ihr gerade? Rami. Boah, soll mir was... LOL. Ups. Mach ich nicht. Ey, wo ist hier dieses... Äh, warte, 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 warte. Was hast du dir als Littes gekauft? Äh, also ich hab Speedcaller, Jugger und Double Tap. Double Tap ist in der Scheune, komm mit. Ja, ich hab's schon. Das steht oben. Hast du auch Speedcaller? Ne, ne? Ne. Also ich hab als erstes Speedcaller. Danach hab ich Jugger, aber ich will immer den Jugger immer als erstes holen. Immer. Warte, ich hab jetzt keinen Jugger mehr. Hä, warum? Weil du einmal gestorben bist. Nein. Achso, ja, stimmt. Oh, fuck. Oh, Alter, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Ja, wenn die da auf einmal hochspringen und dann neben dir stehen, ne? Ja. Ja, das ist dann... Oder du weißt das denn, ey? Ja. Mann, geh da drauf, du hässliche... Otze. Ich kann sie euch alle hopfen. Okay, keine Mutti mehr. Können wir mal ein bisschen leiser sein, die Kollegen. Ich mach einfach mal so aus, dass du auf einmal kriegst. Mal gucken, was kommt. Ey, Brudi, halt die Fresse. Ja, geil. Was denn? Die HMR. Ja, genau, die wollte ich oder sowas. Fick dich. Wieso? Leute, wenn wir übrigens Fick dich sagen, oder so, ist das nicht ernst gemeint? Doch. Nein. Ja, pass auf. Okay, dann geh ich schnell weinen. Wo bist du? Ja, Alter, Fick dich. Ah, ich glaube, ich muss hier nochmal den Teser rechnen, Mami. Mami! Ah, hier ist auch noch ein Pack-O-Punch. Ah, Quick-Rewind. Okay. Oh. Ah, der war gerade wieder an einem Ausrasten. Alter, ich brauche Muni. Ja, jetzt komme ich mit dieser maximale Munition, ne? Das, das, das regt mich vor. Mann, was willst du denn von mir? Nichts. Ja, dann geh hoch. Ja, okay. Und tisch dir. Ich brauche eine geile Waffe und die ganzen Tränke. Ich habe jetzt zwei. Jagger und dieses, was in der Scheune steht. Also, ich habe 59 Volltreffer, ja. Du hast gerade erst mal 21. Ja, ich, ich mache auch nicht so auf Volltreffer. Du hast, du hast 21. Wo bist du eigentlich? Also, ich schille gerade oben. Ich bin gerade da, wo der Teser ist. Wo ist denn der? Läu, wie assi ist das denn? Jetzt ernsthaft? Was ist denn? Ich habe mich selber... Oh, jetzt kann ich diese... Jetzt kann ich keinen Speedcrawl mehr benutzen, ne? Oh, entwick' dich. Ernsthaft? Guck mal, wie lang ich nachlade. Ja, das ist bei der richtig lang. Ja, Alter. Ah, mehr. Und Strahlenpistole, hier. Ey, Bruder. Jetzt bin ich auf... Du brauchst jetzt so die Python. Drei. Die Fick, so, ne? Wow, wow, ja. Alter, ich will wieder Speedcrawl haben, ey. Das ist immer voll ätzend, ey. Ja, hol ich mir jetzt auch. Also, gut. Das ist aus. Das ist aus. Guck mal, das ist aus. Ey, warum? Alter. Sie müssen den Strom einschalten. Hä? Suche Lichtschalter. Fernseher. Lichtschalter? Hä, wo steht denn das? Das steht... Guck mal hier, geh mal zum Automaten. Vorsicht. Bei mir steht ja nix. Na klar. Weißt du? Oh, lol. Ich selber auch. Weg, weg, weg. Weg. Oh, Mann, Alter. Ja. Oh, shit. Kai, überleb bitte. Kai, komm mal her. Ich halte die alle vom Live. Oh. Oh, Alter. Oh, fuck, Alter. Ah, jetzt habe ich sie wieder. Alter, was ist das? Was ist das Wuchteln hier? Oh, Mann, Alter. Ja, 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 ja. Kai, lauf. Nein, nein, nein. Oh, what the fuck war das knapp. Alter, ich habe jetzt 7500, Mann. Weißt du eigentlich, wie ätzend das jetzt ist? Warum ist das ätzend? Oh, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Ah, ja, ist wieder an. Lol, wo war der? Was denn? Nein. Keine Ahnung, Runde 10 oder so? Ah, ja, ja, ich wollte mir den Taser irgendwie auch einstellen. Ja, ich brauche jetzt erstmal wieder die scheiß Pränke. Oh, mein Gott. Alter, wir sind bei Runde 13. Stell auf, aber wir sind bei Runde 35, ey. Aber wenn, dann müssen wir oben bleiben. Ja. Geh weg. Geh du weg. Lol, der hat immer noch nicht. Keine Blumen. Alter, ich habe 74 Fulltreffer, ja. Was ist da los, Alter? Nur richtig... Probe hier? Das ist der Big Bang, boh. Echt, ne. Oh, nein, Alter. Du musst dir jetzt wieder alle Getränke holen. Ja, alle Getränke sind Snack für zwischendurch. Guck mal, wie viele Punkte ich mit den Dingen hier mache. Fick dich. Ja, das ist aber auch teuer genug, ne? Ja, ich habe noch Double Tap und das alles. Du küsst dir jetzt wieder Jugger holen. Ja. Was macht das eigentlich? Du hältst nicht mehr Schläge aus. Ja, gut. Ja, ich halte mehr Schläge aus. Boah. Alter, ich habe so eine Durst, ne? Ja, ich trink mal. Und ich müsste mal pissen. Fuck. Das wird schon wieder zu werden. Hast du da vielleicht noch eine Dose oder so, wo du reinpissen kannst, ey? Ja, ich habe hier so eine Vitell-Flasche, Alter. Ja, will ich auch nehmen. Die hat doch so eine extra große Öffnung. Und dann würde ich die Flasche Marvin schenken. Dann würde ich noch ein Elikett irgendwie so machen, irgendwas mit Energie machen vom Monster oder so. Und dann würde ich das Marvin schenken. Oder zuschicken. Mal gucken, wie er dann darauf reagiert. Oh, danke. Oh, ein Trick, das Erster. Schön die Pisse inhalieren. Oh, Mann, der macht ja One-Hit mehr. Ja. Tricks Ding. Ich fülle mein Geld zurück. Ja, das wäre auch voll geil, wenn das gehen würde, ne? Oh, cool. Gute Skyline. Ähm, ich glaube, du kannst die Kampagne in Black Ops 3 Katze zusammenspülen. Ja? Ja. Vorhin, vorhin, da kannst du auch echt... Ja. Moment. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ey, so ein Dreck! Was ist das? Ja... Ja, so ein Scheiß! Ach so, ich hab gleich wieder 10.000, ey! Ach du Scheiße! Geh mal weg! Kleiner Lauch hier! Ah, jetzt hab ich wieder Jagger! Stimmt, es gibt nur 4 Perks. Ich hab jetzt wieder nochmal Quick Revive mir nochmal geholt. Das heißt, du kannst dann jemanden schneller beleben. Das wäre für dich sehr praktisch! Weg! Weg! Ja, danke! Geh da mal hin! Bleib mal in den Raum, hier! Bleib mal in den Raum! Nicht nach da draußen! Ich pass auf die Seite hier auf, ne? Ja, aber ich würde dann weiter da, wo Jagger ist, hingehen. Weil wir dann würde ich hier gerne mehr stehen. Okay, bleibt flauschig! Achtung, Zombies! Hä, ich kann die nicht killen! Kei, 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 kei! Alter, Vater! Was packt das so? Oh! Los! Geh da mal hin! Ey, wo bist du? Bist du noch oben? Hä, ich kann die Zombies nicht abschießen! Hä? Warum packt das jetzt so? Vorsicht! Ich hab hier den Strom abgestellt! Nein! 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 Mann, ey! Warum packt das so? Das ist so! So ein Dreck! Sechs Mal, Alter! 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 Du hast bei mir 600 abhängen! Oh, what the fuck! Alter, nur ganz ehrlich! Das ist ein Scheibspiel! Na gut, Leute! Dann! Haut rein! Dann bis zum nächsten Mal! Yo! Ciao!